Wenn dich der Hunger packt, Snickers, mit knackig gerösteten Erdnüssen, richtig herzhaft im Geschmack. Snickers, wenn dich der Hunger packt. Erstmal frisches Fleisch, dann einfach fix für Fleischpanne dazu. Heute mal chinesischer Art. Knackiges Gemüse. So, und jetzt noch Ankel Benz Reis. Und fertig ist das Fleischgericht. Fix für Fleischpanne. Neu von Ankel Benz. Fußballzauber 93. Gewinn mit Mars und M&Ms. Eine Woche Fußballcamp mit Breitner und Rummenigge. Und andere tolle Preise. Teilnahmekarten im Handel oder bei Mars 4 Sinn. Auf zu den wahren Winterfreuden. Gut, besser, Paulana. Protektor von Wilkinson. So scharf, dass er hinter Gitter muss. Mit seinen Schutzbügeln gleitet er sicher über die Haut. Gründlich wie die offene Klinge. Und sicherer als jeder andere. Protektor. Nur von Wilkinson. Ach, die Herren vom Bommerlunder. Aha. Das sieht mir ja ganz nach einer kleinen Kümmelbestellung aus. Aha. Bestellen wir wie gehabt. Wie gehabt. So wenig. Damit der Kümmel nicht so durchschmeckt. Nur so wird das Bommerlunder. Der Aquavid mit dem feinen Aroma. Geschäft ist geschafft. Das Warten hat nun ein Ende. Wir machen Millionäre. Die Nordwestdeutsche Klassenlotterie. Am 26. März geht's wieder los. Nordwestdeutsche Klassenlotterie. Aber immer öfter. Weil es alkoholfrei ist? Nein, weil es ein Bier ist. Klaus Thaler. Alles, was ein Bier braucht. Das neue Odol mit Antiplag nimmt man nicht nur, um Plag anzulösen, sondern auch nach dem Zähneputzen. Das beugt der Neubildung von Plag vor. Zwölf Stunden lang. Kaffeepause. Oh. Oh, hält noch sauber. Das neue Odol mit Antiplag. Weniger Plag. Zwölf Stunden lang. Der Primera von Nissan. Selten zuvor wurde ein Automobil international so oft ausgezeichnet. Ganz aktuell als bestes Importauto der Mittelklasse 1992. Bei der Lisa-Wahl der besten Autos der Welt in Automotorsport Nummer 492. Der Primera von Nissan. Als Viertürer, Fünftürer oder als Traveller-Kombi. Als Benziner oder Diesel. Alle mit drei Jahre Garantie bis 100.000 Kilometer. Bei Ihrem Nissan-Händler. Hält noch sauber. Und? Odol mit Antiplag ist so mild, dass die Mundflora im Gleichgewicht bleibt. LP und MC überall da, wo es Schallplatten gibt. Das Buch Briefe aus Hirsley erhalten Sie ebenfalls ab sofort im Handel. Wie kann ein Kätzchen mit einem Magen so winzig wie ihr Daumennagel einen so großen Lebenshunger stillen? Whiskas für Katzenkinder hat alles, was es zum Großwerden braucht. Katzen würden Whiskas kaufen. Wiskas für Katzenkinder hat alles, was es zum Großwerden braucht. Hallo, meine Damen und Herren. Sie wundern sich vielleicht, dass ich heute nicht im Studio sitze. Aber man kann nun mal nicht dauernd über Recycling reden. Man muss auch selber etwas tun. Recycling beginnt nämlich schon bei uns allen zu Hause. Da, wo der Müll anfällt. Gucken Sie sich zum Beispiel hier einmal um. Wir hatten gestern Abend Gäste zum Essen. Und da ist natürlich eine ganze Menge angefallen. Und das muss jetzt richtig sortiert werden, damit man es später auch recyceln kann. Kommen Sie mal mit. Diese leere Dosenmilch beispielsweise gehört in die Wertstoffsammlung des dualen Systems. Bei mir ist das ein gelber Sack. Aber das wird regional recht unterschiedlich gehandhabt. Wie dem auch sei. In diese Wertstoffsammlung gehören auch alle anderen Verpackungen aus Kunststoff, mit Teil- und Verbundstoffen hinein. Wie zum Beispiel Milch- und Safttüten. Sie sehen, das gilt für die meisten Verpackungen, die bei Ihnen täglich so anfallen. Nur Verpackungen aus Glas und Papier. Die gehören auch weiterhin in die Containerstation in Ihrer Nähe. Oder in die Bündelsammlung. Das bleibt, wie Sie es bisher auch schon immer gemacht haben. So, deshalb muss ich jetzt noch diese leeren Sektflaschen und die Pizzakartons zum Container bringen. Sie sehen, richtiges Sortieren ist eigentlich gar nicht schwer, aber unheimlich wichtig. Denn nur so können leere Verpackungen wieder in ihren Rohstoffkreislauf gelangen. Und nur so werden die Müllberge kleiner und Rohstoffreserven geschont. Das wichtigste Glied in der Recyclingkette sind und bleiben also immer noch Sie. Deshalb, denken Sie daran, Recycling lebt vor Mitmachung. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Die Voraussetzung dafür, dass meine Hunde in Topform sind, ist eine gute Verdaulichkeit. Und durch die verbesserte Rezeptur von Pedigree Pal können die Nährstoffe noch besser aufgenommen werden. Pedigree Pal. Von erfolgreichen Züchtern empfohlen. Die Voraussetzung dafür, bis zum nächsten Mal. Die Voraussetzung dafür, bis zum nächsten Mal.